Hallo, ich bin Tom. Alle Jahre wieder kommt bei Autobesitzern das Thema Winterreifen auf. Welche Reifen sind denn nun besser im Winter? Schmale oder breite? Dieses Jahr ist der ADC der Frage nachgegangen, ob schmale oder breite Reifen im Winter besser sind. Dazu wurden fünf Reifen verschiedener Größen getestet und eine Tabelle angelegt. Diese Tabelle zeigt, dass die Antwort eindeutig Jein ist. Es kommt wie immer aufs Detail und die Umstände an. Fangen wir an, uns die Tabelle anzuschauen. Schmale Reifen haben auf Schnee klare Vorteile. Das Anfahren und das Fahren in Kurven ist mit der schmalen Variante besser und stabiler. Auch bei nasser Fahrbahn und Schneematsch haben die schmalen Reifen Vorteile, da sie nicht so schnell ins Rutschen geraten und Aquaplaning erst bei etwas höheren Geschwindigkeiten eintritt. Die breiten Reifen bieten mehr Fläche und kommen schneller ins Schwimmen. Auf trockener Fahrbahn hingegen haben die breiten Knäuse Vorteile, da die Abnutzung geringer ist und sie somit länger halten. Durch die größere Fläche auf der Straße wird auch die Bremswirkung besser auf die Straße gebracht. An dieser Stelle muss man sich also überlegen, welche Bedingungen man hauptsächlich auf den Strecken vorfindet, die man in der Regel fährt und welche Reifenvariante für einen selbst von Vorteil ist. Wohnt man zum Beispiel in einer Gegend, in der selten Schnee fällt, können breite Reifen sicherer und langlebiger sein. Wohnt man in einer Gegend mit viel Schneefall im Winter, macht die schmale Variante mehr Sinn. Der größte Vorteil der schmalen Reifen ist natürlich der Preis. Bei einem Reifen der gleichen Marke kann der Unterschied zwischen 195er und 225er Reifen locker bei um die 80 Euro liegen. Dieses Argument sollte die Sicherheit natürlich nicht beeinflussen, aber es ist dennoch wichtig. Wenn man öfter mit viel Schnee zu tun hat, sollte man auch bedenken, dass Schneeketten nicht selten nur für schmale Reifen zur Verfügung stehen. Hierzu sollte man auch unbedingt in der Bedienungsanleitung des Autos nachschauen, bis zu welcher Reifengröße Schneeketten aufgezogen werden dürfen und natürlich grundsätzlich, welche Reifengröße zugelassen ist. Eine Bedingung, die auch ortsabhängig ist, ist Eis. Auf Eis spielt die Breite der Reifen allerdings so gut wie keine Rolle. Etwas anders sieht es beim Verbrauch aus. Je schmaler die Reifen, umso sparsamer bist du unterwegs, weil die geringere Fläche auf der Straße für weniger Reibung sorgt. Den ganzen Artikel vom ADAC habe ich übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. So, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.